Jedes Schiff, das in diesen Monaten 1942 Europa verließ, war eine Arche. Der Berg Ararat war Amerika und die Flut stieg täglich. Der Mercedes schob sich noch etwas weiter vor, sodass der Kühler fast wie Schranke bewirrte. Wo wohnen Sie? Ich war den Namen und Ort meiner Pension. Ich möchte Ihnen meine Geschichte erzählen. Wenn ich mit jemandem darüber rede, wird alles noch einmal da sein. Und es wird bleiben. Was ich wirklich brauche, können nur Sie mir geben. Wir sind Tote, flüsterte Held. Beide. Wir haben keine Gesetze mehr. Gegen Morgen erwarten wir durch das laute Geschrei der Concierge. Konnte Sie das nicht woanders machen? Eine Frau von ungefähr 60 Jahren hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten. Helen wollte unbedingt die Tote anschauen. Du hast den Pass eines Toten und ich habe mir heute das Leben genommen. Aber ich klage nicht. Was wäre sonst aus uns geworden? Ein mittelmäßiges Paar, das in Osnabrück, ein mittelmäßiges Osnabrück-Leben geführt hätte. Wir haben keine Gesetze mehr. Du hast den Pass. Du bist du. Du bist du. Ich. Ich. Ich.